Musik 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 So Leute Jetzt geht es erstmal weiter mit Porto Musik 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 Mal sehen, was mich durch euch erwarten wird. So, hier ist so ein Strahl. Und dieses Strahl müssen wir einfach hier reinziehen. Ich weiß nicht, weil ich glaube, wir hatten auch schon mal so einen Info-Test. Aber ich kann mich eingehen, dass ich auch noch nicht mehr erinnere. Hm. So. Okay, Leute, ich hab jetzt ein bisschen mit meiner Kamera rumexperimentiert. Ich hab nämlich das Gefühl, dass die Qualität ein bisschen vernachlässigt wurde. Deshalb hab ich jetzt einfach mal ein bisschen rumgestürzt. Ich weiß nicht, ob ich das fertig ist, aber ich kann halt nicht mehr den Leuten. So. So. Oh, ich mach das. So. Oh, schnell, schnell. Oh, das war echt knapp. So. 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 Das wäre uns eigentlich ein bisschen schade, aber... Fockt euch. Ich lebe mal wieder. Hm, ich kriege den Namen jetzt. Na gut, ist schon ein bisschen älter, ich kriege da oben hier. Okay. Wow, Vorsicht. Sollte ich mich so kennen, damit ich mich nicht erwischen kann. Sollte hier sollten wir am besten nicht ausstellen. Erstens müssen wir eben auswählen und zwar nicht. Weil sonst ist wahrscheinlich sterbler. Nein. Da bin ich sonst ganz sicher sterbler. Und... Oh nein, nicht. Da war ich ein bisschen zu sehen. Und dann... Äh... ... 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 Perfekt. Wieder zurück. Oh, nein. Gerade nicht zurück. Hey, was ist die noch? Hohoho. Hä? Seht ihr das? Die komische Hütten. Hä? Egal. So, jetzt noch ein Blatt von mir. Was ist das? Wicke ich los. Jetzt schnell, wenn ich was. Pfff, ich bin ja eigentlich mal ganz gut. Vielleicht immer neu. Naja, noch sehr interessiert, Leute. Aber sie hat damals schon immer noch ganz vorbei. So, ok, wie ihr wisst, dann müssen wir die Kiste hier durchtun, nicht die kaputten. So, jetzt müssen wir jetzt irgendwie hinbekommen, dass die Kiste nicht kaputt geht. Wir nehmen die erstmal ein bisschen nach oben. Portal nach unten schießen. Merkt euch das, Leute. Ok, dieser Test wird später nochmal richtig wichtig sein. So ein bisschen nochmal lesen. Aber nicht so wie jetzt. Ich werd euch noch nicht erzählen. Es wird noch nicht, noch eine Überraschung. Was wir jetzt zusammen erzählen. So, jetzt sind eigentlich voll cool, weil sie müssen mit der, äh, äh, mit der Schnelligkeit, wie wir durch ein Portal fallen, einfach hier rüberziehen. Und, äh, hier oben ist jetzt ein Portal. Und einfach so kommen wir dann nicht rüber. So, weil können wir ja nicht, wenn wir alle durch die Portale machen, können wir da problemlos rüberfliegen. Äh, hier müssen wir dann selber auf die Decke ein Portal schießen. Komm. Pfiuh. Jetzt schiebt es jetzt halt sogar noch weiter. Ach, die Musik ist einfach so traurig. Und, die geht wieder mal weiter. Reage. Ja, die Musik ist einfach so. und, das ist ja auch noch sehr süß. Wie geht es sonst? Oh, ich kenne es, ja! Er geht ja nicht. Ich schreibe nicht. Aber, ich kenne es ja nicht. Hörst du ja nicht. hier erst Nummer 1 blablabla oh hier können wir gleich runter sein egal, ok ja, was soll das denn? die können wir doch gar nicht hin lustig wollte mich hier wohl ausdrücken ne, hier muss ich nicht sagen so, äh oh, oh, Mist komfort oh, Mann was soll das denn machen? hab ich vollkommen vergessen ah, nein ich weiß nicht, dass ich da schlaufe 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 hier ist die schlaufe äh, die Flamme die auch immer mal Mensch schlaufe ich hoffe, ich hab getroffen yes direkt beim ersten Versuch schlaufe schlaufe ok ich muss nur noch wollen ich muss nicht verstehen oh, Gott sei Dank ach, das war echt knapp schlaufe und wir kommen langsam zum nächsten Portal mit euch Leute ja jetzt können wir nämlich sowohl auf ein orangen Portal schlaufe als auch ein blaues und ich bin mir dann wieder so überlegen diesen Knopf zu drüben jetzt können wir nochmal den ganzen Tag zurück diese blöden Stimmen mal wieder nein uuuh vergessen huaah das war knapp ok die anderen achten müssen ok Leute ich glaub ich mach gleich wieder mal einen Tag schlaufe ich es hier du w auch